Großkonzerne nutzen das Marketing, um uns Glauben zu machen, dass die Lösung all unserer Probleme darin besteht, mehr von ihrem Zeug zu kaufen. Die wirkliche Lösung ist oft das genaue Gegenteil. Sie besteht darin, weniger und nicht mehr zu konsumieren. In den meisten Fällen sind unsere Probleme in erster Linie auf übermäßigen Konsum zurückzuführen. Wenn sie zum Beispiel übergewichtig sind, werden sie mit Werbung für Fitnessstudio-Abonnements oder Nahrungsergänzungsmittel bombardiert. Aber der Schlüssel zum Abnehmen ist weniger Essen, nicht neue Schuhe und Proteinpulver. Oder wenn sie mit Kopfschmerzen und Stress zu kämpfen haben, wird man versuchen, ihnen Kopfschmerztabletten und Antidepressiva zu verkaufen. Aber um Stress wirklich abzubauen, sollten sie anfangen, mehr zu schlafen und mehr zu gehen, anstatt spätnachts Unterhaltungsprodukte zu konsumieren und in sozialen Medien zu surfen. Tabletten sind nie als dauerhafte Lösung gedacht. Sie verlieren mit der Zeit an Wirkung und verursachen Nebenwirkungen, die wiederum mehr Tabletten erfordern. Wenn sie sich einmal auf die endlose Reise des Konsums begeben, geraten sie in eine Falle, die sie unglücklich und die Unternehmen glücklich machen soll. Durch die Evolution hat uns Mutter Natur dafür ausgerüstet, effizient mit Ressourcendefiziten umzugehen, aber sie hat uns nie auf ein Leben in der relativen Fülle vorbereitet, die wir heute haben. Heute sterben mehr Menschen an Fettleibigkeit als an Hunger und mehr Menschen leiden unter Ängsten, die durch Informationsüberflutung verursacht werden, als unter Nachrichtenmangel. Die menschliche DNA, unsere Hardware, ist veraltet. Sie hat vor etwa 10.000 bis 20.000 Jahren aufgehört, sich zu entwickeln, als wir noch in kleinen Jäger- und Sammlergemeinschaften lebten. Damals war jeder süße Bissen und jede Information äußerst wertvoll. Heute leben wir in Megastädten, umgeben von Tonnen von billigem Zucker, aber unsere DNA weiß das nicht. Unser Körper sammelt immer noch überschüssiges Fett an, um sich auf harte, hungrige Winter vorzubereiten, die niemals kommen werden. Unser Verstand klammert sich an jede beunruhigende Nachricht, die uns von Bedrohungen erzählt, die nie eintreten. Dieses biologische Paradoxon wird noch verschlimmert durch unser Wirtschaftssystem, das auf Wachstum und maximierte Unternehmensgewinne setzt. Die Menschen werden sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen dazu ermutigt, den Konsum zu steigern. Es ist kein Zufall, dass die USA, ein Land, das sich im 20. Jahrhundert durch ein überragendes Wirtschaftswachstum auszeichnete, auch das fettleibigste Industrieland der Welt ist. Ihre marktorientierte Gesellschaft wurde zu effizient für ihr eigenes Wohl. Dieses System ist nicht nur schädlich für die Menschen, es ist auch langfristig nicht tragfähig. Anders als der Appetit der Unternehmen sind die Ressourcen unseres Planeten endlich. Als Spezies sind wir sehr effizient darin geworden, uns Dinge herzustellen und zu verkaufen, die wir nicht brauchen, aber der Planet zahlt die Rechnung. Unser Körper erwartet immer noch, dass wir in der unberührten Umwelt leben, die wir vor 10.000 bis 20.000 Jahren hatten, voller grüner Wälder und sauberer Seen. Während wir in unserem ewigen Streben nach Wirtschaftswachstum immer wieder unseren eigenen Lebensraum zerstören, nimmt die Zahl der durch Umweltverschmutzung verursachten Krankheiten weiter zu. Ich hatte das Glück, schon früh in meinem Leben wohlhabend zu werden. Als ich 22 Jahre alt war, hatte ich 1 Million Dollar auf meinem Bankkonto. Mit 25? Dutzende von Millionen. Mit 28? Hunderte von Millionen. Dies war jedoch nie das, was mich glücklich gemacht hat. Mein wirkliches Glück war, dass ich ziemlich früh erkannte, dass die lohnendste Art der Beschäftigung darin besteht, Dinge zu erschaffen und nicht darin sie zu konsumieren. Anstatt also Yachten, Flugzeuge und teure Immobilien zu kaufen, konzentrierte ich mich auf das, was mir am meisten Spaß machte, soziale Plattformen zu schaffen, die hoffentlich der Menschheit Gutes bringen. Ich habe den größten Teil meiner persönlichen Mittel für Telegram ausgegeben, damit die Menschen einen kostenlosen Dienst genießen können, der nach Perfektion strebt. Ich betrachte die Fähigkeit, Dinge für andere zu schaffen als mein wertvollstes und lohnendstes Gut. Ich vermute, dass einer der Gründe, warum ich zufällig wohlharmend geworden bin, um das zu tun, was ich liebe, darin besteht, dass Geld für mich nie ein wichtiges Ziel war. Als ich studierte, habe ich gerne Spiele und Websites erstellt. Damals galt das als Beruf für Streber. Von vielversprechenden Studenten wurde erwartet, dass sie Jura praktizieren oder Geschäftsfälle lösen. Aber ich habe mich nie wirklich darum gekümmert, wie andere Menschen Erfolg definieren. Für mich bestand Erfolg in der Fähigkeit, Zeit darauf zu verwenden, Dinge zu erschaffen, die mir gefielen. Ich bereue nie, dass ich nicht teure Sachen gekauft habe, mit denen sich wohlhabende Leute gern umgeben. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich nicht mehr Zeit habe, um Dinge zu erschaffen. Wir leben in einer Zeit, in der die Möglichkeiten für menschliche Kreativität endlos sind. Man kann Roboter erfinden, Gen bearbeiten, virtuelle Welten entwerfen. Es gibt so viele aufregende, unbekannte Gebiete zu erforschen. Ich hoffe, dass mehr Menschen Freude darin entdecken, Dinge für andere zu erschaffen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages als Spezies von dem selbstzerstörerischen Pfad des endlosen Konsums abwenden und uns auf eine erfüllende Reise begeben, um eine bessere Welt für uns selbst und die Menschen um uns herum zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank.